Hatten wir hier auch die Aufnahme. Wir gehen in den Game-Modus. Und da ich Säum von den Kollegen von Head-Up-Game bekommen habe, blende ich auch deren Logo mit ein. Ich bin ja auch ein guter, ne? So, jetzt muss ich der Spielaufnahme gleich nur noch sagen. Pass mal auf. Liebe Spielaufnahme, wir spielen Säum. Säum, Speedrunners von Hell. Säum, Speedrunners von Hell. Oh yeah. Das Spiel macht mir persönlich... Möchen ist tot. Oh, das tut mir leid. So. Level-Initator-Update. Oh, es gab ein Update. Nice. Äh, Musik habe ich etwas lauter gedreht. Aber ich müsste eigentlich sprachtechnisch noch immer lauter sein als mein Mikro. Einmal bitte Feedback, das wäre super. Und... Oh yeah, Säum ist richtig geil, ne? Ich bin mittlerweile in der... Ich muss nicht schauen. Im Elevator. Level-30 stehen geblieben. Ja. Alles klar. Level-30, zweite Ebene. Level-30. Alter, das Ding ist ein Speedrunner auf fucking Heavy Metal. Lohnt sich. Oh mein Gott, hier waren wir stehen geblieben, ne? Also erstmal... Das sind wir und ich kann das hier. Hör mal, haben wir das letzte Mal das nicht gegen geschafft gehabt? So. Okay. Und das Ganze heißt Speedrunners auf hell, weil wir... Teufel noch eins. Oh fucken hell, nein, ich will da rein. Also ich habe das letzte Mal schon rausgekriegt, wie es funktioniert. Aber man ist halt auch leider fragil wie Sau. Ja, ich kann mit rechten mal Maustaste springen, aber mit der... Fängt schon gut an, ne? Mit der mittleren muss ich, äh... Mit der Leertaste muss ich hier das Schweben aktivieren. Ich muss erstmal gerade wieder in den Flow kommen. Das ist tatsächlich so. So, aber der ist aufgegangen. Braucht man ein bisschen Flow dafür. Damit man sich auf das Level einlassen kann. So. Der Soundtrack ist halt der Shit, ne? Frag mich nochmal, dass es das letzte Mal nicht gespeichert hat. Nein! Oh yeah. So. Wie schon gesagt, wir werden auch die nächsten Male... Wir haben jetzt... Ich habe jetzt alle Tätig auf Robes Studio umgestellt. Ich war jetzt erstmal froh, dass ich das alte Overlay drin hatte. Als nächstes, woran wir arbeiten werden, ist, dass wir von diesem Filescreen, den wir jetzt haben, umschalten werden auf Fullscreen. Wie ich es ja schon bei... Äh... Bioshock habe. Und auch jetzt bei Darksiders, das habe ich letztens eingerichtet. Also gestern genommen zu sein. Und dann werde ich jetzt hier bei den normalen Spielen das auch einrichten. Ah, ich bin immer zu übereifrig da. Und das Geile ist, also wie gesagt, jetzt dummerweise siehst du, dass Dotti... Direkt ein Bosslevel. Aber man kann... Also die einfachen Level sind etwas simpler. Oh, komm, 30 Sekunden noch. Das Schlimme ist, ich habe das ja schon. Ich weiß gar nicht, warum ich hier feststecke. Klar, ob er es nicht gespeichert hat. Und es gibt in jedem Level ein Bier. Außer im Bosslevel. Obwohl, hier anscheinend auch. Das wird mir dann angezeigt. Da oben, wie siehst du das? Und ich habe auch dieses Level eigentlich schon bestanden, weil... Da oben rechts siehst du vielleicht diese zwei Symbole. Das heißt, ich habe es eigentlich schon bestanden. Ich weiß nicht, warum ich hier auf dem Elevator hier fest sitze. So. Aber das ist schon... Auch der Soundtrack ist super nice gemacht. Da muss ich sagen, haben die Jungs wirklich was Geiles. Nein, ich habe es kommen sehen. Warte mal. Ich kann doch... Ich stecke doch hier fest. Es lockt. Kann ich nicht noch einen runtergehen? Hier seht ihr das, was ich habe. Und ich frage mich, warum ich nicht zum Elevator gehen kann. Ah, hier, da. Vier. Ah, genau. Ich hatte das Level doch schon geschafft. Alles klar. Hier kann man sehen, die schnellsten haben es in 15 Sekunden geschafft. So, ich tue jetzt erstmal erkunden. Oh, wir sind jetzt in der Asset-Höhle. Guck dir das an. Wie endlos geil das ist. Oh, wir haben hiermit... Und die erste Zeit laufe ich erstmal nur rum, weil ich will schauen, wo mein Bier ist. Was ist das? Ich habe noch keine Ahnung, wofür das nicht gut ist. Aber da unten ist mein Bier. Ach, bitte. Damit kann ich... Egal, ich habe mein Bier. Und das Schöne ist, wenn man... Also, das ist halt ein Speedrunner, ne? Man muss halt in den Flow kommen. Ah, okay. Damit ich mich schnell hinwaufen kann. Äh, es gibt einen gewissen Flow, den ich noch haben muss. So, und wenn ich jetzt zurück... BAM! Nice! Das war eine neue Funktion, die kann ich nicht... Dominated! Ich habe keine Ahnung, was bringt. So, jetzt schau dir das hier an. Was der Top-Fuzzi gemacht hat. Ich kann mir das anschauen. Ah, okay. Der hat so seitlich genommen. Die machen kaum Bewegung mit der Maus. Ich glaube, die spielen mit einer Kassatur. Wer wäre so schweinend? Geil, ne? Das hier auch so. Holy shit, ey. Egal! Nächstes Level. Okay, Minen. Und davor waren wir in der Hülle. Und jetzt sind wir entscheidend in so einem Asset Pool. Hier ist schon mal kein Bier. Ah. Okay. Ist hier mein Bier? Also hier kann ich dann mir die Plattform zurechtstellen. Technisch würde ich dann da lang gehen. Aber, wie ihr schon gerade gesagt habt... Oh, ihr Sneaky. Heißt, ich habe lustigerweise den Geheimweg gefunden. Hier ist das Gate. Aber mir fehlt mein Bier. Und ohne Bier... Will ich da nicht lang. Hi, hi, hi. Alles fit bei mir? Äh, bei mir. Bei dir? Aber mir fehlt mein Bier. Oh, verdammte Scheiße ist mein Bier. Okay, gehen wir erstmal den normalen Weg. Irgendwo muss ja mein Bier sein. Wie gesagt, es ist halt so ein richtig schöner... Also was Movement angeht, ist es richtig geil. Das ist doch ein schönes Speedrunner. Ja, Satan sagt fast ab. Die Story ist übrigens, Satan hat mein Bier geklaut. Und mir dabei meine Hand abgeschlagen. Und ich muss jetzt in die Hölle gehen, um Satan auf die Nase zu hauen. Und mein Bier mir zurückzuholen. Also das Prinzip des Levels verstehe ich gerade. Das ist fix. Aber ich weiß aber noch nicht, wo das Bier versteckt ist. Warum lohnt es sich, das Level ein bisschen zu erkunden? Guck mal hier. Ist da mein Bier? Da war mein Bier, glaube ich. Guck mal, da ist sogar eine Mine drin. Der Hüpfer habe ich gerade freigeschaltet. Da ist definitiv irgendwas zum Explodieren drin. Okay. Ja. Satan freut sich immer, wenn ich sterbe. Und jetzt frage ich mich, wie komme ich da oben hin? Ah. Wir haben irgendwas. Oder, oh, das ist für die Speedfuzz. Das ist direkt kapiert, ja. Nice. Not bad. Die Idee ist echt super. Ich habe ein Spiel gerade im Steam Store gesehen und muss da nicht denken, welches denn? Apropos, wie gesagt, ich habe jetzt ja Dings drin. OBS Studio. Wenn der Sound nicht in Ordnung ist, im Mikro irgendwas zu laut oder zu leise wäre ich furchtbar dankbar, wenn ihr mir einmal den Blick geben könntet. Wo zum Geier haben die das Bier versteckt? Okay, jetzt probieren wir es mal. So. Ha. Aber jetzt will ich auch wissen. Sag mal, was hat denn der schnellste Putze gemacht? Oh, so hat er es gemacht. Schaut euch doch an, wie die sich bewegen, ey. Dann wäre es ein Schweine. Was hat er denn? Oh, das Bier hier gleich mitgenommen. Oder was? Hier. Da habe ich ein Sternchen. Dann weiß ich nicht, wofür das Sternchen ist. Schauen wir mal, der Typ, der es vor mir hatte. Der hat das Bier auch nicht. Ich finde es ganz cool, dass man da Angel Fashion Fever... Ja, ob du es glaubst oder nicht, ich habe das schon gespielt. Ich bin nicht sicher. Ist es schon auf YouTube? Ich schaue mal gerade. Habe ich es schon auf YouTube oben? Ich meine ja. Lass mich lügen. Das ist kein Scherz. Das haben wir gesponsert bekommen von den Kollegen. Und Angelas Fashion Fever ist schon veröffentlicht. Ja, muss veröffentlicht sein. Nochmal, meine Videos. Und zwar... Am... Ja, ist es schon. Äh... Der Streamstag von 29.11. Kannst du auf dem YouTube-Kanal bei mir nachschauen. So. Dann machen wir jetzt hier auch direkt weiter. Ich habe das Bier eben nicht gefunden. Das stört mich ziemlich. Ah. Okay. Habt ihr es gesehen? Wo ist mein Bier? Da oben ist mein Bier. Okay. Okay, da muss ich echt schnell sein anscheinend. Das ist vorher aktivieren, ne? Genau. Okay, ich muss es hier aktivieren. Zurückspulen. Fuck. Ich habe auf jeden Fall einen Ballerina-Garten freigeschalten. Ah, interessant. Die Kombi muss ich mich noch gewöhnen. Ach, was? So, das Tor ist jetzt auf. Und wie komme ich an mein Bier? Ah, da komme ich an mein Bier. Yeah. Das gute Ballruss, ey. Party beim Bugler. Hey, Digga. Blümchen hinstellen. Oh mein Gott. Guck mal, wird ja voll hier. Ihr kommt auch genau richtig. Ich habe vorhin bei der einen Party aus dem Maul bekommen. Und, äh. Hey, jetzt können wir das richtig spielen. Neun fucking Sekunden. I am done, baby. Ich würde ganz gerne mir die Replays anschauen. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie ich das sinnvoll machen sollte. Und ich drücke direkt die Suicide-Taste. Also, wenn einer eine Idee hat, ich bin, äh, wir nehmen sie liebend gerne entgegen. Aber ich kann mir jetzt den Replay anschauen. Nein? Warum nicht? Ich möchte mir das Replay anschauen. Fucker. Schon wieder zu lang gebraucht. Fuckin' hell. Vier Sekunden. Also, es wird jetzt anscheinend knifflig. Und wenn mir einer sagt, wie das... Holy fuck, ey. Dann kann ich noch so viel töten, wie ich will. Okay. Gut, burn, baby, burn. Immer noch nicht. Warum? Warum, warum, warum? Kommt euch diese kranken Schweiß jetzt an, ne? Hab ich irgendwas vielleicht nicht gedacht? Elf Sekunden, der macht's in vier! Okay, gibt's irgendwo vielleicht eine Möglichkeit, die ich hier am Anfang startenne? Nein? Reicht das? Oh, lol. Ich brauch den da unten gar nicht. Oh, lol. Oh, lol. Hallo, Sandan. Ähm. Ja. Das war irgendwie, ne? Wär ich auch so... Das ist halt das Geile. Also, das ist echt ein Speedrunner. Oh. Wo kommt das Blatt? Ja, Satan freut sich. Okay, auf das Blatt kann ich nichts machen. Okay. Wow. Wow. Holy fuck. Holy fuck. Ehrlater. Also, erstmal hole ich mir mein Bier. Ach, so geil, ne? Holy fucking crap. Woohoo! Haha, nee, ist klar. Habt ihr es gerade gesehen? 11,6 Sekunden zu 10,5? Voll geil, oder? Voll gut, ey. Das Lustige ist, ich weiß, wo ich es noch immer nicht, wie lange ich aufnehme. Da muss ich echt noch dran arbeiten. Egal. Weiter geht's. Next Level. Dominated bitch mit mir. So, was... Der Soundtrack ist alleine schon der Shit, ne? Der hat so... Wenn man alleine hört... Irgendwie war mir das klar. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Lustig. Ich hab's noch versuch... Ah, da ist der Trigger. Wo ist mein Bier? Wo ist mein Bier? Ohne Bier mal hier gar nichts. Da ist schon mal kein Bier. Wo ist mein Bier? Okay, hat einer das Bier gesehen? Da unten! Ah, guck mal, wie raffiniert die Lumpen sind. So, wie komm ich da jetzt am besten hin? Schon so geil, dieser Säuresee, ey. Da ist mein Bier. Ich würde jetzt spontan behaupten, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als... Hier einfach runterzufallen. Wie der Stream zickt. Also mir sagt er, ich hab keinen... Verlust. Okay. Also ich will erst das Bier haben. Auch vollkommen verständlich. Ohne Bier ist alles scheiße. Okay. 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 Wie komm ich an mein Bier? Lack of Doom? Ich wollte gerade sagen. Ich hab sonst keine einzige Meldung, dass ich hier eine falsche Light, also... Warum geht das nicht? Wie holen die sich das Bier? Okay, so komm ich da nicht dran. Hm, Alternativmöglichkeit. Holy fuck. Ich glaube, es wird so sein. Oh, Gott sei Dank. Wir haben das Bier, Jungs. Jetzt nur nicht falsch springen. Wir haben das Bier. Jetzt können wir Gas geben. Oh, that's a long shot, baby. Natürlich ist das ein long shot, baby. Ich glaub nicht, dass ich es sonst gepackt hätte. Ah, äh. Nein. Nö, nö, das machen wir jetzt nochmal. Hm. 8,5? Okay. Fast zu schnell. Äh. Nein. Ich habe keinen einzigen Frame-Verlust. Auch nicht in der Leitung, Leute. Das kann nicht bei mir liegen. Also, Dottie sagt auch, auf Twitch läuft es 1A. Ansonsten, äh, geht rüber zu Twitch oder YouTube. Oder gibt... Garo. Drückt permanent F5. Okay. Ernsthaft? Also manchmal hasse ich das Spiel ja, ne? Schaut euch das an, ey. Und ich habe immer noch nicht... Wo ist mein Bier? Hey Mann, wo ist mein Bier? Das ist auch ganz geil. Ich kann hier... Wie ist das? Lenken. Äh. Wie soll das denn bitte ins Schnellformat gehen, ey? Run, ey. Okay. Das Spiel ist übrigens voll der Sadist. Ich habe die Macht. Ich habe die Macht. Wo ist mein Bier? Hey Mann, wo ist mein Bier? Habt ihr das gesehen? Wenn ich da reinkomme, bin ich Moves. Los finitos. Ah. Ich kann das anschießen auf die Küste. Jetzt hab ich mein Bier immer noch nicht gefunden. Und mein Bier muss da sein. Hier. Da muss irgendwo mein Bier sein. Ist hier irgendwo ne Mauer, die ich einschießen kann, ne? Also ich wüsste jetzt sonst nicht, wo ein Secret-Win sein könnte. Secret? Hallo? Also, ne Wand kann... Ich sehe, wann ne Wand einschießt... Ah, da! Boah, du bist so ein... Dreckiges Spiel. Dass du dich nicht schämst. Und jetzt? Ah, da. Mein Bier. Die Crew weiterzocken. Ja, helfen! Alter, das war knapp. Ja, das war mal. Jetzt geh ich fremd. Willkommen auf Spitschlägern. So, jetzt können wir Gas geben. Oh, ja. Ja, gut. Zwei Sekunden länger. Aber komm. Das war schon nice. So, wo ist mein Bier? Also... Also... Revolving Doors? Oh Gott, da. Also ich möchte immer am Anfang erst wissen, wo ist mein Bier? Das wirkt am Anfang ganz langweilig, weil ich sterbe erst mal ne Runde. Aber ich seh schon mal... Okay. Okay. Kann ich nicht doken? Gibt's überhaupt doken? Gibt es doken? Hab ich bisher nie gebraucht. Jump. F. Es gibt keinen doken. Also... What the f... Oh, yeah. Ah, da unten ist das da. Teleport. Okay. Wer hat sich gern Teleport? So, und wie hier ist mein Bier nicht nehmt so? Hey Mann, wo ist mein Bier? Das ist mein perfektes Bier. Ernsthaft, da unten? Boah, ich bin ein junger Gott. Das Timing macht hier anscheinend auch die heilbe Welt aus, ey. Komm, 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 komm. Wuhu! Wuhu! Habt ihr's gesehen? Da oben zerbricht doch der Schädel, ey. Das heißt, ich soll nicht so häufig sterben. 0, 0, 7, ne? Der wäre froh drum. So, ich hab dieses Level in einer Millisekunde fast verpennt. Also lass ich das nicht lange auf mir sitzen. Ich will's erstmal schaffen und dann... Ich geh nochmal zurück, weil ich will das Bier haben. Also ich find's so schön, dass man hier das nochmal sehen kann. Aber da... ...weiß ich ja wenigstens, wo das Bier ist. Das wird auch direkt mitgenommen. Stell dir mal vor, man lässt einfach Bier liegen. Bier ja mal nicht. Ich brauch nur das Bier. Alles andere ist mir vollkommen bumpe. Wuhu! Okay. Yeeah! Yeeah! Egal! Ich hab das Bier. Waaayn! 1138 Split! Okay, 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 okay. Hier ist mein Bier. Ist da irgendeine Öffnung für? Nein. Okay, Split heißt... 1. Erstmal mach ich's so. Ich will wissen, was ist gut. Mein Bier hat sich schon mal nicht geöffnet. Boah, Alter, wie häufig muss ich mich denn da für splitten? Okay. Okay. Das ist erstmal das Riechbisschen. So, ich hab mein Bier. Und das Tor ist jetzt auf. Was ist los. Whoa. Fast. Ich will mich auch einfach sehr in dem Weg Etwas schneller als eben Du kennst eine gute Öffnung fürs Bier Ja, das ist der Grund, warum ich selber manuell aufnehme über OBS Und halt Restream benutzen Wenn eine Plattform nicht funktioniert, eine Plattform wird Platz Teleport Weil, irgendwo muss man ein Bier sein Hier, da, das mache ich mit diesen Dinger, die kaputt schießen Und jetzt Erstmal will ich mein Bier Okay, nach oben muss ich um Hier, das ist mein Bier Virus Ale Life's too short to drink cheap beer Äh, naja, du kannst ja wie gesagt auf YouTube oder auf Twitch gehen Wow Du bist so ein böses Spiel Habt ihr das grad gesehen? Ich mein, ich zeig's euch hier grad nochmal Aber Es ist so ein böses Spiel Hier Ich muss da oben lang Die Luft Ich hab's immerhin geschafft, aber Das wiederholen wir nochmal Alter, das ist so ein böses Spiel Das Schlimme ist halt Das Schlimme ist halt Es ist echt ein cooles Speedrunner-Game Halt Mausatan Keine Zeit Man versucht echt auf den letzten Drücker noch Das passend hinzukriegen Du bist neunem Das böse Wort mit F wollte ich schon sagen Ja, bis Es ist es Das sah jetzt so gut aus Und dann sowas Ja, ich hab's hängen gekriegt, Moni Innerhalb der Zeit Dominated, alles gut Jetzt kommt das Boss-Level Oh Gott Also Boss-Level heißt nicht Oh, das ist schön schnucklig hier Sondern Boss-Level heißt Verfickte Scheiße, bist du schwer Ernsthaft? Oh Gott Ich bin immer so alt, okay? Wow Okay Zehn Sekunden Ich habe 21 gebraucht Bitte, Junge Erkläre mir, wie du zehn Sekunden dafür gebraucht hast Nee, das wird Nee, 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 mein Freund Kann ich? Boss-Level coming up Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, so wie wir das wahrscheinlich gemacht haben. Das ist eine Trap. Ich will wissen, wie er das geschafft hat. Ich will das abspielen. Hallo. Kann ich nicht? Warum nicht? Ach, wahrscheinlich, weil ich's dann in Dings absp... ... hier in... ... in der besten Zeit haben muss, ne? Replace unlockt, ey. Oh, wie viel Bier brauche ich hier? Oh, das Level kann ich machen. Sauber. Das sind immer Bonus-Level. Jetzt schon mal Bier. Holy cow. Und nun? Hm? 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 Hallo? Hallo? Oh! Fuckin' hell! Wuhuuu! Okay. Also, es erinnert einen ein bisschen an Super Metroid, nur in Scheiße Wandern ist das zehnmal geiler. Yeah! Dominated, seht ihr? Und jetzt kann ich das hier, Tap to Watch Replace, jetzt kann ich mir anschauen. Ich muss es also in der Zeit geschafft haben. Habt ihr das grad gesehen? Ernsthaft? Was für ein Genie, bitte! Er braucht das gar nicht in der Mitte, er macht's einfach da am Rand. Oh ja, passt schon. Zwei Feuerbälle, einer landet rüber. Boah! Was für ein Genie! Burn, baby, burn! Wuhuuu! So, und irgendwo da war mein Bier. Hier hoch fahr ich. Mein Bier? Mein Bier! Oh, Bacon! Geil! Habt ihr das gesehen? Im Boss-Level gibt's Bacon! Es gibt Bacon und Bier! Hammer! So, das war gut, ne? Das haben wir geschafft. Hier ist auch alles gut und wie ihr seht, ne, hier waren wir vielleicht nicht ganz so meisterlich. Aber, also wir können jetzt einmal grad Elevator gehen. Wir gehen mal auf die erste Level und ich zeig euch jetzt mal so die allerersten Level, die wir das letzte Mal nicht mitbekommen haben. Das ist halt so... Okay, wir lernen erstmal vernünftig zu springen. Ohne irgendwo anzhecken. Und jeder, der McQuake oder Unreal gespielt hat, ich schwör's euch, ihr werdet euch sofort mit der Steuerung wohl füllen. Ich hab gebraucht 8,005. Ohne hier, halbe Sekunde schneller. Halbe Sekunde. Ne? So, hier. Yeah! Oh, oh! 200 ist langsamer. So, nur dass ihr das einfach mal seht. Okay. Hier ist das auch wieder so ein schönes Zeitspiel. Fünf Sekunden, ja, halbe Sekunde. Das sind so die ersten Level, ne? Das ist ganz schick. Und mittlerweile, wie schon gesagt, ich bin jetzt in der fünften Welt und neun Level hatte es. Und hier brauche ich für 8 Bier. Um... Das Zusatzding zu bekommen. Und yep. Auch sehr geil. Guck mal, hier liegt ein Bier. Ja, ich kann mich selber aufbringen. Aber alleine, dass ich's kann, bin ich schon bitte. Yeah, Baby! Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Och, okay. Okay! This game is a ganz schöne Bitch. Okay. 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 Aber es gibt einen gut zu denken, muss ich sagen. Find ich jetzt nicht schlecht. Wow. Holy fuck. Hier ist mein Bier. Haha! Okay, hier ist mein Spawn. Wo muss ich denn hin? Verdammte Scheiße! Hat einer aufgepasst? Ah! 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 Da oben! Alles klar? Okay, das Level ist... Interessant. Ah! 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 Nein, aber auch die Idee mit dem Orts ist supernice Ah, doch, im nächsten Mal haben wir's Oh nein, die ganze Eckenstoße, oder? Das ist wie ich ankotzen Oh, gerade noch so Ah, das Level war ein bisschen, äh, try hard Ist hier mein Bier? Nein Hey Mann, wo ist mein Bier? Okay Hier seh ich's nix Oh, du Oh, du Nein, 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 nein Nein Ey, da bist du auch echt überambitioniert Also ohne Scheiß, Leute Ich glaub, das Spiel kostet Lass mich lügen 15 Euro Wartet auf den Sale Holt es euch Es macht scheiße Laune Es ist echt einfach mal wieder seit langer Zeit ein bisschen was anderes Ich hab keine Zeit mich hier mit dem Scheiß Ich wusste's, ich wusste's, ich wusste's Ich wusste's Ah, nein, ich hätt's gepackt Ah, gut Genau das wollte ich wissen Wie wir die zerfickte Zeit haben Und? Nein, 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 nein Gah Ich hab's doch eben da auch hingekriegt. Warum sollte ich den jetzt nicht nochmal hinkriegen? Es sind manchmal echt diese Nuancen, ne? Aber, man... Ich bin halt echt ambitioniert, was das hier angeht. Ich bin zu weit gesprungen. Ich mein, ich hab das Level geschafft, ja? Aber auch nur auf den Low-Grad, den man's haben kann. Und das will ich nicht, weil... Es geht einfach mehr. Wir sehen's ja. An der Stelle zweifle ich. Okay, wir machen's gleich, wenn wir an der Stelle nochmal kommen. Regulär, so wie wahrscheinlich gedacht. Und das Bier ist bestimmt irgendwo... ...da drinnen. 15 Sekunden, okay. So. Und mein Tipp, dass das Bier da irgendwo zwischen den Rollen liegt... ...lassen wir jetzt mal grad bestätigen. Alter, wenn ich da nicht durchsprinte, ne? So wie eben. Dann werde ich direkt durch so'n Kram weggedrückt. ...und meine... ...sache ich doch. So. Ist doch wahr, ey. ...ne? Aber, ihr seht, mir macht's echt viel Spaß. Und ich kann... ...äh, ich mach... ...ah, da machen wir gleich noch ein bisschen weiter. ...hahaha. Sound und so weiter, alles in Ordnung, Leute. Oder muss ich ein bisschen was ändern? Wär super, wenn ihr mir da einmal Feedback geben würdet. Äh... Okay, wo ist mein Bier? Ja, da kann ich noch nicht hin. Ich weiß... ...Satan hat's Maul. Wenn ich da sag, ich will da lang. Seht ihr? Komm, ich will da lang. Wer darfst mein Bier nicht? Mein Bier ist da oben. Ernsthaft? Boah, Spiel, du bist doch ein dummes... Mischstück, sorry, aber... ...ich wüsste sonst nicht, wie ich's gerade ausdrücken sollte. Wenn ich jetzt wenigstens auch genauso hoch springen würde. Nein, tue ich natürlich nicht. Okay, wir versuchen jetzt erstmal eindeutig unser Bier zu holen. Ohne macht das ja wenig Sinn. Okay. Ohne macht das ja wenigstens. HAHAHAHA ok Rania, get me ok woran nein irgendwo Jumphead das kann ich übrigens auch peak claim bei einigen Levels das weiß ich aber noch nicht was das heißt ok schlimm ist also ich kann genau dreimal einmal zweimal dreimal und danach weiter auf ne während ich stattdessen ich hier die wow wow ja flacher Fälle bitte später nicht ok machen wir das Level jetzt erstmal was so bin ich immer noch nicht auf max wo das schon echt gut aussah ne wo das schon echt gut aussah ne ich kann die Ringe durchschießen ich kann die Ringe durchschießen ne siehste damit würde der direkt bocken ich muss durch die Ringe durch das ärgert mich warum kriegt der dritte Teleporter was war ich schneller Plus Schauen wir gerade, sehen wir jetzt Habe ich das Level eben gerade geschafft? Ne, habe ich nicht, aber ich habe einen Peak Was macht man mir einen Peak? Egal Ich will euch jetzt ja nicht die ganze Zeit mit meinen Erkundungsdingern generven, aber Wie schon gesagt Wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Nehme ich eine Stunde auf oder nehm ich eine Minute? Jo Äh Jo, macht das ja dann Okay, ich habe Antigraf Antigraf ist super, weil da kann ich Erkunden Kann das Bier aber auch manchmal An ganz beschissenen Stellen sein Aber so wie das aussieht Ist das gar nicht so gedacht Dass ich das Antigraf nehme Weil Hier ist das Ziel Oh Mann, wo ist mein Bier? Hier ist der Peak Claimed Lustig Aber wenn ihr es gesehen habt Oh, da muss auch noch was sein Normalerweise explodieren die so Habe ich Glück gehabt, dann war das echt eine gute Vermutung Jetzt die Frage Alter Alter Okay Mach ich was vielleicht falsch? Ne, das muss doch auch schneller gehen Wie machen die das in 1,8 Sekunden? Okay Okay Wahrscheinlich so Anders kann ich mir das jetzt mal herklären So machen die Lumpen das Da müssen die das echt Ne ne habt ihr es gesehen Also ich kann ja die Kugel Ich kann meine Schüsse Das zeige ich euch jemand Ich kann die lenken Normalerweise fallen die Aber wenn ich schwebe Gehen meine Schüsse auch mal hoch Das heißt der Kollege hier Geht logischerweise auch mal hoch So und jetzt will ich das sehen 1,8 Sekunden What Der haut zwei Bälle gleich Egal ich habe es geschafft Wow Was ist das für ein level? Fatal heißt das level Ne Fuuuuuuh I'm a kind secret You're fucking kidding me Was ist das level denn bitte für ne Die Idee war super nice Aber What the fuck Is denn wrong mit euch Hier Malerina Malerina mal zwei Okay Wo ist mein Bier? Wo ist mein Bier? Hey Mann wo ist mein Bier? Dort hier Aber diese ist nice Bier? 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 Bier! Oh! Ich wusste gleich, dass die Mauer da kaputt machen kann. Hat das einer gesehen? Welche Mauer war das? Ah! Nein! Egal. Next Level. Spiel ganz laut Metal-Musik. Ist aber auch wirklich gut, ey. So. Wie sieht's denn aus? Wisst ihr was? Wir machen jetzt eine kurze Pause. Das fände ich eigentlich eine ganz geile Idee. Ähm. Ich muss gerade einmal irgendwie Audio ausschneiden. 90. So. Wir machen gleich weiter. Ihr kriegt jetzt eine kurze Pause von mir, Leute. Bis gleich, ne? Ja. 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 Ja.